Und wir sind jetzt mit Wagen Nummer 11, Volksentscheidfahrrad, 12 Volt. Da erklärt sich eigentlich das Motto schon im Namen, würde ich sagen. Genau, das sind auf jeden Fall, würde ich sagen, Leute, die für die diesjährig neu eingeführte Kategorie, die Nachhaltigkeit, bei der Jurypräsentation wahrscheinlich auf jeden Fall vorne liegen. Alles mit Fahrrädern besetzt und die wollen uns zeigen, dass man einfach auch nur mit Fahrrädern, mit Band. An den Mann bringen kann oder an die Frau und durchaus auch nur damit Stimmung machen kann. Man sieht alles auf Rädern. Das war's. Musik 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 Wahnsinns Gitarre, Wahnsinns Bass, würde ich sagen Und auch eine klare Message, wie wir gesehen haben Auf jeden Fall, Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer Ist hier ganz groß geschrieben Wurde auch in der Performance sehr schön eingebaut Mit dem wunderschönen Pappauto auch zu sehen Musik